so beim grün und links wolf grün und links hallo dankeschön du kennst mich bin ich bin in düsseldorf kann ich auch hier war man kann ich auch aber meins bewegt sich natürlich auch verfolger mit eingepackt dass du willst wo ich bin nee da bist du bei mir ist gerade bei mir trifft laffi kann ich mache ich dann gleich nach der wunde mal aber wartet nach dass das sehr gut mal warte mal bleibt bestehen ja hier wenn wir noch mal stehen wo du bist kann einfach mal eine palette werfen nee ich muss gerade was machen statt ich finde ich schon irgendwo weil ich habe die luke gefunden ich gehe raus warte mal aber wie viel schränke gibt es denn auf dieser map holig vielen dank für deinen follow wie geht es dir denn ich gehe mal nicht kommen in meinem stream warte mal gehen wir nicht kommen wir kommen in den killer checken bitte bitteschön spiel auf dem weg ich hab dich jetzt gerade die ganze zeit gesucht wirst du etwas sagen was du tun bist ich bin gerade in den killer check gegangen ja hier war ich genau dann komm mal her geh mal gleich mal zu diesem schrank gleich warte jetzt noch nie ich hab mal in den schrank rein ich hab mal in den schrank rein also wie lange brauchst denn du geh jetzt mal in den schrank rein ich will mal wissen ob ich dich da raus holen kann mit sicherheit ich bin hier nicht wegschrank lol lol oh geil ich wollte gerade sagen du kommst schneller wenn du mich hier ablegst jedes mal doch warte mal eins hast du gesehen ach schön ich bin ein teil von dir geworden gut gehts dir selbst ich wollte zumindest bei dir auch reinschauen wenn ich bei wolf schon zuschauer haha wie süß ja ich weiß was du meinst aber krass ist mori das sieht cool aus das ist geil nochmal ja klar also lass mich mal also lass mich mal ich will mal wissen was du mit diesem letzten perk da auf sich hat von der dann können wir gerne können wir gerne machen hier das mit diesem übereifrig wir müssen schnell arbeiten das ist richtig geil mal sagen wo ich in den schrank hingegangen bin ich weiß wie es mal auch schon rausgeflogen ich weiß nicht wie es mal jetzt aussah von ihrer seite her ich glaube es müsste richtig geil gewesen sein ausgesehen haben ich bin auch mega überrascht worden heute und freue mich auch total also ich muss da sagen die überraschung ist da den leuten wirklich sehr gut gelungen du hast ja schon vorher gesponert gelassen mit der überraschung habe ich nicht ich habe es nur zufällig gesehen weil ich den stream von diesel auf gemacht habe das ist ja zufällig du hast schon das war schon gesponert nein ich habe es extra ausgemacht so mal gucken kann man alle endungs das ist so gut bei mir nicht sein wenn ein überlebnis werden dann wirklich wenn da die leute da quer durch das feld da ja reden was ist das da unten ich habe getroffen das ist eher unten so bist du bereit äh ja das ist selbst in der warte lobby ist das so eklig das geräusch von den typen hast du da auch dieses äh diesen chor gesang ja und das ist eklig daran ist richtig ich freue mich das gewollt ich weiß keine sagt dass seine partie aber so sich das nicht angeholt habe das muss mir auch mal zeigen dass ich schon noch einmal zu beibach sein das soll ich mal von dieser oma sehen ja was denn ist erst die ganze das ist es dann auf meiner seite er ist er ist dann gar nicht ist jetzt nur von meiner seite er aber ich will jetzt mal wissen wie ich die komische zweitfähigkeit mache dass hier den chor kriegst das ich kann doch mal wissen was austrian ist ein wunderschön austrian gaming alles klar bei dir die wunderschössig und irgendwie ist es dunkel ich weiß nicht was du gemacht hast genau das macht das ist ein addon von mir was hast du alles hier ja auch ich denke dass ich gerade was ist das das sind addons von dem du kannst einfach durchlesen Oh, ich habe ein Toto gefunden. Ja, ich auch. War es doch kein Wunder, dass wir ihn gerade mal testen, wie der Haupt ist mit den Fähigkeiten und so. Ich habe kein Wunder dabei. Lass uns mal kurz hier einen Gen reparieren. Was hat das? Da passiert ja gar nichts. Was hast du hier einen Schrauben an mir? Guck mal, ich setze dich mal hier hin. Ich glaube, auf diesen Schrank. Oder ist das schneller? Ist das schneller als normal? Chat? Eigentlich nicht. Das mit dem Luxus muss ich doch gucken. Setze ich mal hier hin. Und du sollst auf diesen Schrank achten. Mach mal den Schrank, du ja. Genau. Ah. Guck mal. Bei mir leuchtet, es ist so komisch. Dann kann ich so machen. Okay. Ich kann mich auch verstecken. Ist dieser reparierende Balken schneller als sonst? Ich weiß es nicht. Mit dem Teleportationsläuft... ...läufst du um den Du und dann kannst du dich wieder zurück... ...ernsthaft? Ich weiß mal, lieber mal was testen, ja? Ja. Ja. Nein. Jetzt geht... ...warte, kann ich gleich noch mal machen. Scheiß Schrank hier. Jetzt bin ich der Killer-Check gelandet. Oh, nee. Was suchst du der Killer-Check? Ich muss eigentlich was testen. Wo bist du? Du geh mal. Warte mal, ich soll den Schrank rein. Geh noch mal zu dem Channel, wo du gerade warst. Das möchte ich immer noch. Nach da hinten. Ich geh mal in den Schrank rein. Komm rein. Jetzt erst mal reinkommen. Das passiert dann. Wo ist das kleine Würmstatt da unten? Oh, das sieht voll eklig aus. Halt die Fresse mit dem fetten Arsch. So, warte mal. Hier ist irgendwo ein guter... Wo ist die Palette hier? Ich spiel mal hier und mich ausmachen. Dann wollen wir was testen, ja? Du meinst mal die Palette und mich spiel mal. Einfach schmeißen. Hast du das mitbekommen? Nein, du kannst mich trotzdem sehen? Ja. Hä, hä, wie kann ich denn dann zum Phantomen stellen? Ha! Äh, wurde ich eigentlich bei Foxy-Klippen? Ich will den anderen Perk noch testen. Du denkst auch nur mal, ne? Ey, keine Ahnung, warum man bei mir nicht klippen kann. Äh, mit dem Killer... Äh, kannst... Aber das verstehe ich nicht, äh... Das verstehe ich noch nie. Wie mache ich das? Ach so! Ach so, oh mein Gott! Ey, guck mal, stell ich mal hier hin. Ne, ich bleib mal drüben. Geh mal rüber auf die andere Seite. Scheiß hab' verkackt. So, komm mal rüber. Ey, warte mal, lass uns jetzt gerade gucken, ich bleib. Ne, lass dich mal ganz... Lass dich mal... Lass dich mal... Okay. Lass dich mal ganz kurz, bitte. So. Geh mal rüber. Komm mal rüber. Jetzt wieder rüber. Ah, okay. Ach so. Okay, jetzt so vonziehen. Wenn ich jetzt zuerst dein Ding hier... Genau, wenn du das kaputt machst, das hier. Erreiche. Dann kannst du es nicht mehr... Genau, da muss... Bin ich wieder zurück, aber ich kann wieder in die Teleportion wieder reingucken. Ah, dann guck mal, wie schnell du schwingt kannst danach. Ich hoffe, dass ich mal gerade bei mir ein Discord-Media beim Stream, der gerade gleich gekommen ist. Oh, das ist so schwer, Alter. Oh, ich muss... Aber eigentlich nicht schlecht, hä? Also, wann ich es nämlich hierhin stelle. Okay, jetzt muss man noch richtig machen. Guck mal, wenn mir schwappelt wird. Guck mal wissen. Nochmal? Wolltest du nochmal? Ja, nee, kannst du mich killen. Du, aber so ein etwa habe ich... Also, ein Wegen habe ich nicht verstanden. Und ich auch soweit schon mal. Genau, das habe ich gerade eben versucht. Das habe ich gerade eben... Bei den Luke gerade versucht, das zu machen bei ihr. Weil ich habe mitbekommen, dass die zurückge... Äh, mein Ding zerstören wollte. Bin ich extra zurückgepäht. Das ist richtig krass. Aber das Problem ist, manche Podcasts sind... Ah, doch, kann ich... Ich kann nicht alle lesen. Was macht ein Auflöser? Ich weiß es nicht. Die anderen kann ich sagen.